Hallo und Willkommen zurück zu einem weiteren Heist hier auf GTA Let's Rape Michizam. Hat die Stange geschmeckt Michizam? Da ist mein Kuruma, raus aus meinem Auto. Hey, grüß das ist mein Wagen. Was? Ja, da ist sogar ein Neon Brand Luger auf der Seite der Blinderhund. Wieso? Na. Ach so, dann hast du deinen genauso gemacht wie mein. Ne, meiner hatte die Crewfarbe und das Crew-Emblem. Okay. Da ist schon ein fetter Unterschied. Fahr mal daneben hin. Fahr mal neben den anderen Kuruma. Jaja, ich muss ja erstmal einsteigen, Freund. Wo bist denn du? Da. Guck, guck. Also da ist schon, also ich muss sagen, da ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ich mein, alleine der Spoiler. Ich mein, hallo? Ja, glaubst du, ich weiß wie mein Spoiler ausschaut oder was? Okay, kommt mal her, ich bewerte das. Hey, verpiss dich, Junge. Hallo. Hallo. Ja, der andere ist irgendwie abwesend. Na, ich fahr da hin, wo wir hinfahren sollen. Ja, aber nicht der Navi. Ach. Das ist wo meistens der schnellere Weg ist. War da ein Auto? Was? Ne, glaub nicht. Hey, Andi, ich glaub es war genau da. Ja. Ja. Ja, nice. Er hat sich mal ein Auto aufs Dach gelegt bei mir. Hey, Junge. Ich glaub ich muss die Bremse noch ein bisschen, ja, ein bisschen noch abschlafen, ne? Bisschen mehr ist, es gibt einfach nichts besseres mehr. Ja, es sind schon die besten Bremsen drin, ist wirklich so. Ja. Na, bei mir, bei mir geht schon noch was. Das ist das nächste. Wolltest einfach nur den besseren Wagen haben, gib's zu. Mann, ist schon voll gekümmert. Das ist einfach, der Nierenwagen ist einfach der bessere. Gib's. Also, ne. Ja, natürlich. Ja, schon klar. Ja. 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 Ich geb's dazu. Ja. Ja, ja, ja. Das will ich dir auch raten. Ja, natürlich. Wie einfach Andi hier alles freiräumt. Wir machen den Weg, Freud. Ich gebe dich zum Hinterhalt. Ich möchte einmal auf meinem Navi auch so eine Meldung ziehen. Komm bitte zum Hinterhalt und lass dich erschießen. Okay, gut. Wir freuen uns jetzt. Pass auf, pass auf. Kommt ein paar auch so sicher. Wir haben nicht so richtig angepasst in der Fahrschule. Der wollte dich eh auch nicht. Das Dach hier einklappen und du rammst den einfach weg. Bei mir wenigstens ist das Blut nicht im Auto drin gelandet. Oh, da war ein kleines Bäumchen. Ja. Und jetzt ist da ein kleines Hängchen und du leidest es gerade ein klein wenig herunterchen. Seid ihr überhaupt auf dem Weg dahin? Ja. Ja, wie ihr fand. Na wie noch. Okay. Komisch. Ich fahr in den Baum. Okay. Ich fahr in den Baum. Ich fahr in den Karuma. Ja, okay. Dann fahr ich da nicht rauf. Und ich fühl mich verleidet zum Militärflughafen zu fahren. Um euch alle abzuschießen. Ja. Pass auf. Wir bekommen gleich besseres Spielzeug. Okay. Da freu ich mich. Nein. Mein Dill ist? Nein. Die Straße ist weg. Ja geil oder? Erstmal Auto waschen. Mein Spiel fängt schon wieder das Spacken an. Haha. Also was? Keine Ahnung. Nicht jeder ist so wie du. 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 Einfach GTA 2 mal braucht. Wieso? Was hast du gemacht? Erzählt? Beim ersten Mal war kein Key dabei. Da war einfach kein Keycode drin. Okay. Geil. Das ist auch der Grund warum ich am Start die 500.000 nicht bekommen habe. Oh ja. Weil ich hätte das in der ersten Release Woche noch aktivieren können und hatte dann aber keinen Key. Ach ich bin ja schon da. Bin dran vorbeigefahren. Ja. Du bist ja schon da. Der ist immer den Namen nachgefunden, der Typ. Oh. Wer hat die Mission schon dreimal gemacht und weiß jetzt endlich dann so eine Abkürzung. Du bist doch ein Hacker oder? Ja natürlich. Er hat einfach so Ultraspeed in die Leiste eingegeben und dann. Du 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 du. Genau wie Bernie. Mit seinen Hacks. So. Wo seid ihr? Da unten? Ja da wo wir hin müssen. Allesamt. Ja ja. Ah bekomme man da jetzt endlich auch. Nice one. Erstmal ins Wasser versenken. Hast du schon recht. Bekommen man da jetzt endlich auch. Ganz endlich den Truck den ich mir. So jetzt Andi. Bewertung. Jetzt hab ich eigentlich nur 30 FPS. Also. Jetzt. Jetzt. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren denen entgegen und töten die oder wir warten auf die und töten die. Ja aber lass uns warten dann können wir so Haftbomben und so einen Scheiß überall blenden. Das sind die Gekopter. Nein dürfen wir nicht. Achso wir dürfen die nicht zerstören oder wie? Na ja. Ok dann lass uns mal hinfahren. Wenn Andi vorfährt mit seinem fetten Panzer. Der gibt uns. Oh warte warte bleib stehen Michi bleib stehen. Deckung. Jetzt hinten drin. Kann da nicht rausziehen. Ähm wir steigen alle aus. Warum? Und da sind sie schon. Oh. Wenn ich das gewusst hätte. Hilfe. Also den Helikopter dürfen wir jetzt nicht zerstören. Woah. Was? Den Helikopter dürfen wir zerstören. Nur den, nur den Truppentransport. Was macht den hier schon wieder? Da kommt ein Heli. Ja der braucht noch ein bisschen. Fuck. Der tut was? Äh. Okay. Äh. Der Heli schießt. Und ich würde mal sagen. Und da sind wir wieder. Da hat es sich auf der Schnaute gelegt. Äh. Passt das so? Ich muss nochmal raussteigen. Ja steig mal aus. Michi. Ich parkiere noch ein bisschen. Michi. Michi. Die Felgen von Christian sind schon ein bisschen. Autsch. Geiler. Muss ich zugeben. Die gefallen mir fast schon. Die gefallen mir. Machen ein Drift. Machen ein Drift. Ja. Drifte den so hin. Ja okay. So? Oh die kommen. Ja die kommen. Perfekt. Komm. Komm schnell rüber auf unsere Seite. Woah. Okay. Hilfe. Nee. Das sind sie nicht. Das ist einfach nur ein Pickup. Ja. Sah so aus. Tut sorry. Warte mal. Ich will da. Ich will hierher. Sind sie nicht. Nice. Verpiss dich. Warte mal. Jetzt nachladen. Warte mal. Nimm mal eine andere Knarre. So kann ich sie lieber sehen und nachladen. Moped. 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 In der Hand. Arschlade. Wie es uns umgeknattert hat. Wie ihr euch einfach vor Lachen hinschmeißt. Ja. Ich fänd's lustig. Arschlade. Die armen Leute. Wie sie alle nach unten abhauen. Hey Leute. Keiner checkt das einfach, dass wir erst in den Gelben Punkt reinlaufen müssen. Ja, das kann ja einer machen. Der Rest. Nee, jetzt müssen alle her. Komm her. Es reicht, dass wir hier sind. Maske aufsitzen. Junge. Auf, bitch. Ja super. Scheiß auf die Maske. Okay, das war ein kleiner Fail. Wieso? Was? Ich hab nichts davon gesehen. Nein, nein, nein. Was macht die Olle? Äh, Andi setzt du keine Maske auf? Nö. Scheiß auf die Maske, die sterben doch eh alle. Das kann sowieso keiner auseinandernehmen. Der wird sowieso schon von Europol gesucht. Das ist eh scheißegal. Nee, ich schwarz. Also er könnte morgen Freeman oder Will Smith sein oder irgendein anderer. Aber das weiß sowieso keiner. Na komm schon, Konvoi. Die müssen wir auch eigentlich da hinten schon sehen. Nein, nein, nein. Der Heli kommt schon angeflogen, Alter. Okay, den Heli mach ich platt. Da kommt er jetzt. Ich mach den Heli. Okay, der Heli ist platt down. Ich hab's gesehen. Okay, Achtung, Achtung. Ne, der ist unter der Brücke. Alter Schwede. Läuft bei den Helikopter. Der Konvoi kommt. Komm Schuss. Der Konvoi ist almost an. Get ready to take out the Merriweather Detail and get the Truck. Nachladen. Wie wir einfach, dass da mit den Snipern dastehen und ihn wegrapen. Na komm. Ja, der wurde gerapet. Okay. Soll ich die Straße freiräumen? Wir sollen den anderen Laster nehmen, oder? Ja. Einer nimmt den Laster. Ne. Der steigt hier mit ein. Darf ich schießen oben? Ne, ich will schießen. Oh scheiße, da kommen Helis. Ja, deswegen. Dann nehm ich den Jeep hier. Nimm doch meinen. Nein. Wir können die andere Richtung fahren. Ja, also bei mir ist die markiert. Chris, Chris, nimm lieber meinen. Okay, warte. Nimm meinen Fahrzeug. Okay, warte. Na hoffentlich komme ich euch dann noch hinterher. Ja, ja, hallo. Das ist voll aufgetunt. Okay. Irgendwas. Ja Michi, wartest du vielleicht ein klein wenig? Du bist vielleicht gefährdeter Michi. Nein, scheiße. Was ist jetzt los? Ich bin ins Wasser runtergefahren über die Brücke. Boah Michi, du bist aber auch ein richtig guter Typ, oder? Ja. Das hat mich einfach so runtergestoßen von der fucking Straße. Ich bin auf die Seite gefahren. Ich dachte, du fährst auf der anderen Seite vorbei. So, was macht denn ihr? Ja, fahr vor, fahr vor. Achso, ich soll vorfahren. Jetzt kommt nämlich der Helikopter. Weil einer könnte hinter ihm fahren. Stop, bleib stehen, bleib stehen. Boah! Holy shit! Der ist genau auf mich drauf gefallen. Nein, Makia! Boah! Das war richtig nice, dass ich jetzt noch den Tourgang reingehauen habe. Achtung! Da kommt einer hinter mir. Da kommt einer hinter mir. Ja, 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 ja. Warte, ich. Bash ihn weg. Scheiße, meine Karre brennt. Nein! Nein! Scheiße! Können wir neu starten. Nein! Wieso? Das geht auch noch, oder? Nein! Benzin drüber leeren. Das geht schon. Wahrscheinlich nicht. Fahr einfach! Fahr weiter! Ging nicht mehr. Ist hochgegangen. Das finde ich eh scheiße, dass wir nicht die scheißverfickte Terminladung einfach da rausnehmen können. Okay, also ich würde so sagen. Wir machen das jetzt auch mal. Vorne fährt Chris im Grünen. Danach fährt Michi im Truck. Und wir machen das Schlusslicht mit dem gepanzerten Andi und ich. Okay. Okay. Okay, können wir machen. Wir könnten auch die normale Straße fahren. Die andere Richtung wäre auch die Möglichkeit. Ja, das ist länger, oder? Nicht gerade so recht viel. Ein bisschen länger. Ja egal, wir fahren die. Ja. Müssen wir jetzt entscheiden? Ne, wir fahren die. Okay. Passt schon. So, jetzt steigt die Fahrzeuge und sperrt wieder ab. Würde ich sagen. Ja. Wie wir einfach alle vier Masken aufhaben. Du hast keine auf. Ich hab ne Maske auf, siehst du das nicht? Ne, ich seh's nicht. Doch, er ist schwarz. Nein, nein, nein. Ich muss zum gelben Punkt. Ich geh zum gelben Punkt. Ja. Na. Na. Na okay. Na. Na. Ich steig fest, Chris. Ne. Jetzt nicht mehr. Ich hab dir geholfen. Das ist der Dank dafür. Ich steig mal los. So. Ich steig mich da noch nicht so hin. Jetzt steig ich da nicht. Ich nehm schon wieder mal den Raketenwerfer. Ich kümmere mich wieder um den Heli, okay? Okay. Ja. Ich hab wieder das Präzisionsgewehr. Was ist das Geilste? Ist irgendwie hierfür. Das ist schon echt nicht schlecht, ja. Du machst das so. Tuck, 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 tuck. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Pau, 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 pau. Hello Kitty. Hallo. Habt ihr dieses Mal, haben wir den gelben Punkt schon, ja? Ja, ja, ja. Der Heli kommt schon. Ah, okay. Gut. Hallo Süßi. Das macht eigentlich Michi gerade. Erstmal die Leute probieren. Chris, also, Chris, also, das, also, Chris, das macht Michi. Also, Chris, also, Chris, das, das, das macht mich. Jetzt, Chris. Das ist doch völlig wurscht. Okay. Das ist irgendwie ein bisschen verstörend, oder? Ja, irgendwie. Feuer! Vor allem, da kommt schon der Konvoi und ihr. Heli ist noch außer Reichweite und der Konvoi schon hier. Okay, jetzt, jetzt. Ja, weil ich, äh, den angeschossen hab, den ein Konvoi-Fahrzeug. Ich kann ja den Stangen hier nicht vorbeischießen. Nein! Nicht auf dem Truck! Doch! Scheiße, nein! Geil! Explodiert der jetzt noch? Nein, nein. Hoffe nicht. Das wär jetzt nicht so geil. Ja, eben. Wie er jedes Mal auf irgendein relevantes Fahrzeug drauf fliegt, hey. Ja. Miss Ding. Wer ist denn, die Genspolz, die die ganze Zeit den Truck gegen den Tank ballert? Ich baller den unter den... Ja, du erwischt aber voll den Tank. Nein. Doch, bei mir schon. Oh, jetzt hab ich, jetzt hab ich in den Reifen geschossen. Nice. Boah! Ich muss mit den Fahrzeug nicht fahren. Ist ja, ist ja besser. Haha. Wie er überhaupt nicht vorlugen kann, weil, weil, äh, das ist ja besser. Der wird einfach so richtig zugespampt mit Blei, Alter. Flies Blei, Junge. So, wo sind die noch alle? Aber... Da ist doch einer. Warte. Oh. Oh Mann! Andi, jetzt hast du einen weggelockt. Ich hab besser gesagt. Habt ihr einen? Ich glaub schon. Ja, da ist noch einer. Äh... Homo first. Adal? Nein, Homo first. So, ich schnapp mir schon mal den grünen. Was? Oh nein! Hahaha. Was war jetzt? Da unten im Gebüsch war noch einer und Westbro hat den nicht gesehen und hat sich von dem eiskalt wegbashen lassen. Ich, ich hab auf ihn geschossen. Ich hab den ganzen Busch durchlöchert. Ich hab ihn ein paar mal getroffen. Hahaha. Aber irgendwie finde ich die Stelle hier witzig. Äh, Steuerung und äh... Groß äh... Äh, äh... Großschrift? Äh, sag's mir. Wie heißt die? Überschalttaste? Ah, zu spät. Du kannst Munition kaufen. Verdammt. Ja. Ich hab die falsche Steuerungskaste gedrückt. Hä, liebe Dummkörper! Hä, liebe Dummkörper! Hä, liebe Dummkörper! Äh, liebe Dummkörper! Äh, liebe Dummkörper! Oh, wie ist das? Ich hab auf die Windows-Taste gedrückt. Ich hab ALT F4 gedrückt. Geil. Ich hab Spielböen. Ja! Hahaha. 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 Möchten Sie ihr Leben beenden? Ja! Juhu! Kennt ihr es noch von Futurama, diese Telefonzellen, wo man sich selber umbringen kann? Wie heißen denn die? Äh, nein. Nicht? Ne, die Folge kenn ich nicht. Chris, kommst du erst mal zurück. Ja, du musst zum gelben Punkt zuerst. Entweder du steigst aus, oder du fährst höher. Natürlich nimmt ja länger den Weg. Ich muss da ein bisschen laufen. Ja. Derweil kann der Andi hier schon mal das Auto hinterfahren. Hahaha. Wie ich einfach mal am Arsch weiter rutsche. Ich dachte der Konvoi ist jetzt schon hier, Alter. Nice. Es ist alles so nice. Äh, kein... Hahaha. Also auch wenn der Alte hier zu raken kann. Hahaha. Drecks Tränengarde, Alter. Ich stauffe nicht schwer sein. Perfekt hingestellt, ne? Ja, für alle. Wie eine Eins, ne? Ohne irgendwelchen Versatz. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet. Ich hab den Piloten getroffen. Nice. Nein, nein, nein. Ernsthaft. Wie er voll schwankt. Ja, nice. Ich glaub der hat Angst. Ja. Hahaha. Hahaha. Komm zurück. Bämms. Ich hab den einfach... Ramblin Ersmaniel! Nice. Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein. Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Erstmal ins Wasser springen. Zur Abkühlung. Scheiße. Oh nein. Ich bin ins Wasser gefallen. Echt jetzt? Echt jetzt? Bämms. Wer hat denn das Tränengas geschmissen? Nein. Tot? 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 Nein, wer ist tot? Wer? Das MG hat mich erwischt. Mhm. Gerade wo ich weggegangen bin, ne? Hahaha. Ich lauf gerade weg. Andi, unser Todesengel. Ist echt so. Na, der Schwarz. Steuerung und Umschalttaste. Nicht vergessen. Ne, Umschalttaste mach ich nicht. So, Leute, jetzt wird's langsam... Ne, das ist eigentlich immer lustig mit dem Hubschrauber. Ich nehm das jetzt einfach weiter auf. Hahaha. Kannst es ja immer zusammenschneiden. Ne. Ja, mit dem... Tust du eh eh schneiden, oder? Ja, das hab ich die ganze Zeit schon gemacht, aber jetzt nicht mehr. Mal gucken, ob wir es nochmal schaffen mit Roten, die rauszusnipen. Biuuffm, Biuu, Quien, Rappit weg. WACK, Quien, 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 Gu. Genau, das ist wie immer Light a Sound. War... Wird einfach so ins Bild geraped. So, Leute, dann mach ich und mich fertig. Warten wir kurz am Bums. So, ist schon erledigt... Pff... Die Schwuchtel wird einfach rumgefahren. Hast du mich gerade genannt? Ja, sagst du ja immer selber zu deinen Schuhen. Ja, es ist auch so. Aber trotzdem, Alter, ich bin so ein Schwuler, der es nicht wahrhaben will. Du kannst mich nicht mal schlagen. Doch, geschlagen habe ich dich. Ja, aber ich habe einfach keine Damage bekommen. Und meiner hat auch einfach keine Animation gemacht. Okay, packt eure Scharfschützen-Schwänze aus und wir schießen jetzt alle auf den Helikopter. Ja, muss er denn. Okay. Da hinten kommt er. Ich habe schon wieder irgendjemanden getroffen. Meine Scharfschützen-Knarre. Wieso ist er jetzt explodiert, Alter? Ja, weil wir ihn so heftig penetriert haben, dann ist er gestorben. Hey Michi, das war wegen meiner Scharfschützen-Knarre. Guck mal. Juhu. Der habe ich die ganze Zeit draufgehalten. Dreh dich ein bisschen. Wir haben nicht Schott in dir abgesägt. Nice. Und ich glaube, ich habe den Schützen ein bisschen erwischt. Ach, das ist ja der LKW. Ja. Oh, nice. Das MG ist schon locker im Helikopter. Was war das, Alter? Was war das, Alter? Okay, da müssen wir aussteigen und mit dem Raketenmärfer draufschießen. Die sind aber noch dort rum. Ja, ich kümmere mich um die Fix. Okay. Get Racked, das habe ich bisher auch noch nicht gelegt gehabt. Kümmern euch hier um die Vorderen? Da hat mich einer angeschossen. Stirb! Da ist keiner mehr, oder? Unten ist noch einer. Der ist noch im Waden. Ja. Da war einer. Wurden sie so schnell geraped? Hä, die Karre ist hin, oder? Ja. Nein! Nein, die ist einfach unter Wasser gesetzt und lebt natürlich noch. Ja, ist ein U-Bow, Alter. Autsch. Pass mal auf, Neonbraun auf, der steht da rum. Neon! Nicht, dass er stirbt? Ich schaff das schon. Ich kann schon auf mich alleine aufpassen. Okay. Ich bin schon 12. Ähm. Warte. Sollte ich vielleicht ein anderes Fahrzeug von mir nehmen? Nein. Wollten wir nicht irgendwie die Knarre mitnehmen? Ja. Eigentlich, aber er ist einfach in den Floss geraved. Ach so. Ach so. Hey Leute, wartet mal ein bisschen. Da kommt einer hinter mir. Da kommt einer hinter mir. Ja, hinter uns ist auch einer. Ja, aber Michi ist wichtig, das zu beschützen. Okay, jetzt warten wir kurz auf den Helikopter. Oh. Von vorne. Fucking Maryweather. Ja. Das wäre so geil, wenn ich den jetzt schon erwischen würde. Kommen zwei, ne? Ich bin auf A, okay. Ja. Komm, erwisch ihn. Ich seh nix. Fahr mal ein bisschen rum. Pupp. Tod. Ah. Okay. Wohohoho. Mensch, war das jetzt männlich. Hahaha. Okay, jetzt fahren wir erstmal weiter. Hopp, hopp. Ne, ich warte auf Michi. Nix, hopp, hopp. Da kommt ein Hubschrauber. Der, der braucht noch eine Weile. Oh, da ist er ja auch schon. Wir können auf ihn warten. Da kommt auch ein Truck von denen. Wir sind da weg. Da kommt aber noch einer. Noch einer. Du, 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 du. Oh, eine Explosion. Boah, schon wieder auf uns drauf, ey. Alter. Jedes Mal. Da kommt noch ein Truck, Leute. Ja, steigst du wieder ein? 1, 2. Andi, steig bitte ein, bevor du stirbst wieder. Da kommt noch ein Heli, da kommt ein Heli über den Berg. Ach, der ist schon da? Ja, da hinten ist er. Nein, Andi. Oh nein. Warum musst du das gerade machen, wo ich aussteige? Oh, Scheiße. Jetzt, also jetzt sage ich mal. Und da sind wir wieder. Okay, ich versuche die anderen hier zu killen. Die waren beide schon tot. Da sind einfach Leichen weggepufft. Aha. Ach, das bist du. Oh, Scheiße, der Heli. Ach, ach. Freude auf mich. Fahr weg. Fahr weg. Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Gib Gas. Man fehlt. Wieder. Oh, jetzt hat es mich erwischt. Warum? Warum? Die Scheiben sind zwar nicht gepanzert, ne Chris? Ja, äh, 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 äh. Du musst schon aktiv mit töten, ne? Und wieder einmal sind wir wieder da. Jawoll, Andi. Komm, steig ein. Äh, really? Okay. Okay. Ich kann den Gefallen aus einsteigen. Auf einmal. Explosion. Ja, es wäre scheißegal gewesen, dass wir es jederzeit einsteigen können. Entweder wir über den Nagel draufgegangen oder keiner. Im Auto bist du sicher, oder? Oh, hinten stand wieder. Ja. Ja, vorne ist auch einer. Fahr einfach, Fahr einfach, Fahr einfach. Ich hab Haftbomben. So, ja, stimmt. Das ist ja Explosion sicher. Wer ist du jetzt? Hallo, Fahr. Ja, da hinten, da hinten ist einer. Ja, vorne ist auch einer. Ja. Schieß auf ihn! Der ist tot. Die sind schon down, die sind schon down. Fahr, 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 Fahr. Boah, verdammt. Nein! Schieß auf ihn! Jetzt schau. Die sind down, die sind down. Rück. Fahr, 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 Fahr. Ja, 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 ja. Okay, jetzt, jetzt geben wir ein bisschen, ein bisschen mehr Gas. Was? Genau, wegkicken. Einfach wegkicken. Highfather down. Fahr, kann ich nicht mehr schießen. Fahr, 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 Fahr. Nicht reinfahren. Das macht gleich Buben. Ha, den Kill hab ich noch bekommen. Hinter dir. Ja, hinter, hinten sind welche. Fahr, 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 Fahr. Wir fahren. Okay. Hier hinten, da kann sich der, der Michi mit, der Mario drum kümmern. Hä? Hier rauszuschießen. Wo müssen wir hin? Ja, fahr geradeaus. Das Navi zeigt dir ja eh den Weg an, oder? Ja, jetzt halt schon. Ja, fahr, Chris, fahr. Ja, ich muss mich auch mal ab und zu mal umschauen, Mann. Du streich Bolzen. Fahr. Okay, da drüben... So weit war ich den kleinen. Also den nicht markierten. Also geradeaus durch hier. Hier einfach geradeaus durchbrechen. Links, auf der linken Seite. Mit Vollgas. Fahr, Fahr. Ja, aber der LKW ist doch ganz weit hinten. Der ist nicht so weit hinten. Also bei mir an der Map wird es so angezeigt. Ja, weil die Map scheiße ist. Okay. Puh. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Moppet! Moppet! What? Oh, shit. Oh, shit. Nochmal weggekickt. Hi, wir haben es cool durchgeschafft. Wir müssen noch beugen können. Jo, ich war einfach nochmal über den Fahrrad rüber. Ja. Okay, jetzt hier einmal kurz blockieren. Nicht, dass jetzt noch jemand auftaucht. Chris. Chris. Was? Oh, fucking idiot! Deine Mutter... Wie leid ist... Maria ist uns nicht als Arschloch. Wir halt beide drauf schießen. Einfach so. So, komm. Let's go. Alles ist safe. Jetzt brauchen wir nicht mehr schießen. Ach, jetzt sitzen alle beide drin. Juhu! Oh Gott, ich habe nicht gewusst, dass sie auch bei uns im Auto sitzt. Ach ja, eben. Deswegen meine ich ja. Weil der war ganz allein mit dem LKW immer hinten. Ja. Der Mario... Ne. Ne. Einfach geradeaus in den Schuppen reinbrettern. Ach so. Mario sitzt vorne bei euch drin. Ich glaube, Chris hat das mit dem gerade in den Schuppen rein nicht so ganz verstanden, oder? Uli! Die Ehrenrunde! Ja, aber hier der LKW glaube ich auch nicht. Der hat die Kurve einfach nicht bekommen, weil er so fett ist. Michi, du bist fett. Ich wollte gerade auf den Tank schießen. Uuuuh! Endlich geschafft! Der große war der Vater. Juhu! Juhu! You got them? Ja, freilich haben wir's. Hahaha. Der wiegt? Wow! Wegen... Wegen... Wow! Was? Wegen einem Koffer haben wir den LKW rumgefahren? Ja, ich habe ja gesagt, wir machen viele sinnlose Dinge. Ey, das ist doch mal... Wie das war bei dem anderen heiß. Nein, das war mit dem heiß. Das war mit dem heiß. Also Leute, tschüss! Bis zur nächsten Folge. usage. endlich geschafft! Tschüss!